Ich rieche Musik. Ich höre Bilder. Ich fühle Tanz. Das ist Spadesharing. Hier sind wir richtig. Ich bin Bettina Dodenhöft und Historikerin. Ich bin Sabine Töppel und betreibe die Kulturfrontäne. Ich bin Susanne. Und ich bin Michel. Zusammen sind wir das Theater Guck an. Wir machen Spaß! Ich bin Regina Gawalles. Meine Leidenschaft ist die Malerei und die Fotografie. Ich bin Ursel Schlicht und ich mache Musik. Mein Name ist Carsten Socher. Ich bin Fotograf und Bildjournalist. Ich bin Heike Brede, Tänzerin. Gemeinsam wagen wir das Experiment, all diese unterschiedlichen Kunstformen und Sparten auf eine Bühne zu bringen. Als Statesharing. Muss ich noch mehr sagen? Nein! Wir brauchen eure Unterstützung für unser besonderes Projekt. Es findet im Januar im Dach 4 in Kassel statt. dari Kassel statt. Es gibt im Januar im Dach 4 in Kassel không. Es gibt im Januar im Dach 4 in Kassel. Ich bin dann mit dem Januar im Dach 5 in Kassel. Ich bin nur noch in Dach 5 in Kassel sammành, ich bin noch in Dach 5 in Kassel. Vielen Dank.